Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wellheim. Ich habe mich wie versprochen noch mal etwas belesen und zwar brauchen wir uralte Samen, um den guten Uralten zu beschwören. Macht auch Sinn. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon welche gesammelt haben. Zumindest kam mir der Begriff tatsächlich schon etwas bekannt vor. Deswegen lasst uns mal fix die Kisten durchschauen. Ob wir das schon mal eingesammelt haben. Die bekommen wir, wenn wir die Grauzwergennester im Dunkelwald zerstören. Das haben wir glaube ich noch nicht. Das sind wohl diese lilafarbenen Dinger. Aber irgendwie kommt mir der Name so bekannt vor. Nixentrophäe, das ist es alles nicht. Uralter Samen. Einen haben wir hier. Oh, wir haben schon wieder komplett volles Inventar. Gar nicht gut. Lasst mal schauen, ob wir noch irgendwo anders einen hatten. Ne, leider nicht. Naja gut. Dann wissen wir jetzt, was wir als nächstes tun. Erstmal schnell Inventar leeren. Ich habe immer noch keine Kisten sortiert. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Aber es wird bald erledigt, versprochen. Dafür suche ich nicht mehr so viel rum, sondern wir machen bloß Inventar leer und gut ist. Die können noch weg. Das weg, das weg, das weg. So, und dann ist er erstmal gut. Ausgerutscht sind wir jetzt gerade noch nicht. Das würde ich uns noch ganz schnell holen. Und dann geht es auf in den dunklen Wald. Obwohl, wir können auch eigentlich eine Runde schlafen. Feuer ist drin, aber es brennt schon wieder nicht. Obwohl es nicht mehr regnet. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben genügend Brennmaterial drin. Selber nochmal direkt anzünden müssten wir es ja eigentlich nicht. Jetzt geht es an. Ja, komm, dann schlafen wir jetzt noch fix. Oder wird das gerade hell? Ich glaube nicht. Wir hauen uns schnell ins Bett. Dann sind wir erstens so oder so ausgeruht. Und wir können im Hellen in den dunklen Wald. Weil im Dunkeln, im dunklen Wald ist gar nicht gut munkeln. Und dann schauen wir mal, dass wir die Nester finden. Wir hauen uns hier gleich die Eigtür ran, dass es schnell geht. Erstens technisch hoch. Man sollte nicht die beiden Tasten gleichzeitig drücken. Ich glaube, ihr habt es nicht gesehen, aber bei mir ging das Steam-Menü oder so auf. Irgendwas davon. Ja, wir sind, na doch. So ist okay mit der Ausdauer. Und dann einmal straight in die Richtung. Zwei Stück brauchen wir noch. Das war das auf jeden Fall die Folge schaffen, dass wir die Samen zusammen haben. Und wir werden uns dann spätestens in der nächsten Folge auf den Weg machen können. Ich dachte halt wirklich die ganze Zeit, wir brauchen Trophäen. Aber das war anscheinend nur bei Eigtür so. Oder vielleicht dann auch noch bei den nächsten Endbossen. Aber bei dem zweiten auf jeden Fall nicht. So, noch ein kleines Stück rechts. Weil hier war auf jeden Fall am Wasser diese Grauzwergen-Armee. Würde ich es jetzt einfach mal nennen. Zumindest sah das aus, als hätten die dort ihre Base. Und wir haben hier noch eine ganze Menge Kupfer, aber das haben wir uns schon markiert. Vielleicht finden wir ja dort was. Aber es soll halt auf jeden Fall lila leuchten. Das haben wir auch definitiv schon gesehen. Also dürfte es ja auch nicht so schwer zu finden sein. Aber wie es immer so ist, das was man sucht, findet man nicht. Man findet es erst, wenn man es nicht mehr sucht. Hier rennt jetzt hier einfach mal durch. Lassen alles andere links liegen. Was haben wir hier noch? Schön ist auch noch Kupfer. Müssen wir uns noch schnell markieren. Denn wir bleiben wach, bis die Grauzwerge wieder lila sind. Oder so ähnlich. Ach du Scheiße. Was ist das Cooles? Die haben mich nicht entdeckt. Das würde ich mir gern markieren. Skelettbau. Skelettebau, auch gut. Jetzt kommen wir hier schon wieder ins Dings rein. Ich wollte eigentlich nicht in die Kälte. Ach komm. Wir haben ja jetzt glücklicherweise das Schwert. Damit ist das ja wirklich alles ein kompletter Klacks hier. Außer die Schamanen. Und die Ausdauer. Das ist natürlich immer noch ein Problem. Ich möchte erstmal kurz den Schamanentod prügeln. Scheiß auf den Schaden, den wir jetzt kriegen. Ah, Honig wollte ich eigentlich ungern verschwenden haben. Wir haben gerade nichts anderes mehr bei. Naja gut. Hätte ich mal doch die Pilze nicht wegpacken sollen. Wir haben ja eigentlich auch ewig viele gelbe Pilze. Aber die habe ich halt alle aus dem Inventar geschmissen. Weil ich mit dem möglichst leeren Inventar zum Uralten wollte. So, hier haben wir jetzt das Wasser. Da hinten ist bloß ein Hirsch. Und hier drüben dann. Du schaffst das. Oder auch nicht. Hier haben wir noch überall Zinn liegen am Wasser. Okay. Würde ich mir jetzt einfach mal versuchen zu merken. Und wer mich kennt, der weiß, das wird eh nichts. Genau das Ding hier meinte ich. Die sind anscheinend alle weg. Ich weiß gar nicht, ob wir die hier komplett bekämpft hatten. Aber auch hier ist leider nichts Leuchtendes. In den Dungeons selber kann es ja nicht sein. Aber es sind ja bloß Skelette drin. Und da finden wir ja dort hier leuchtendes Zeug. Oh cool, wir haben einen Pilz. Also es muss schon hier draußen sein. Noch ein Dungeon. Oh. Dein Schild hat aber gefunkelt. Ja, Rechtschreibung ist so auf die Schnelle. Nicht unbedingt. das Beste. So, wir haben hier eine ganze Menge Grauzwerge. Die mich auch schon wieder entdeckt haben. Aber nirgendwo ein Nest davon. Was ist denn das für ein Riesenbaum? Nein, das ist ein Stein. Entschuldigung. Ich dachte, das ist ein Baum. Wir rennen jetzt einfach mal durch. Irgendwann wird uns so ein lilaes Teil schon noch in die Augen springen. Und dann haben wir das, weil ich bin jetzt echt ein bisschen gehypt, den Uralten zu besiegen. Ich hoffe halt nicht, dass wir damit zu früh dran sind. Also ich meine, wir haben schon ein ganz paar Tage verbracht, aber ich meine zu früh im Sinne von Ausrüstung. Weil nicht, dass sich dann im Spiel was ändert, wenn wir den getötet haben. Dass dann die Angriffe von Tieren und etliches vielleicht mehr wird. Kann ja sein, weil bis jetzt hatten wir tatsächlich ja nur einmal von Ike Tür diesen Angriff. Aber ich habe da auch schon in Videos ganz andere Sachen gesehen. Wenn auf einmal die Trolle kommen und kann ja natürlich durchaus sein, dass sowas dann halt erst passiert, wenn man einen Endboss erledigt hat. Wäre natürlich dann ziemlich doof, aber trotz allem sind wir eigentlich ganz gut gerüstet. Bloß unsere Base, ja, wir können ja mittlerweile auch diese Spitzen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, Spitzenholzfehle oder sowas bauen, seitdem wir das Kernholz handeln. Wäre vielleicht nochmal eine Überlegung wert, davon noch eine Umrandung drüber zu ziehen oder drumherum zu bauen, besser gesagt. Ich glaube, die machen da noch Schaden, die stehen dann glaube ich so schräg da. Könnt ihr euch das schon vorstellen? Kupfer ohne Ende, ich lasse es jetzt trotzdem erstmal unmarkiert. Weil Kupfer werde ich definitiv jetzt demnächst mal außerhalb des Let's Plays sammeln. Guck mal, hier haben wir noch einen Dungeon. Haben die mich schon entdeckt? Ne, die gehen auf den Hirsch los. Armer Hirsch. Beim Sinn Skelette, die essen sich sowieso... Ah, wir haben was Lilanes. Die essen den noch sowieso nicht, die töten den nur aus reiner Lust. Sehen nicht mal Grauzwerge. Ah doch, oh, einer mit zwei Sternen sogar. Hallo. Wir haben kaum Ausdauer, geil. Müssen mal unbedingt was futtern. Das und was brauchen wir noch? Ach, da ist doch der gelbe Pilz. Die Frage, die kommen hier natürlich neu raus. Wäre wahrscheinlich besser erstmal das Nest zu zerstören. Ein Ohralten Samen bloß, schade. Hätte er was Spezielles fallen lassen? Holz, dreimal Harz, Stein, Holz, Grauzwergenauge. Nö, leider nicht. Wäre er eigentlich mal nett gewesen. So ein Zwei-Sterne-Typ. Hätte auch ruhig mal ein bisschen mehr droppen lassen können. Aber okay, wir haben schon eins, das geht. Hälfte der Folge ist rum. Noch ein Dungeon. Wahnsinn. Es ist ja echt heftig, wie viel es davon gibt. Da haben wir gerade mal so einen kleinen Bruchteil von der Map entdeckt. Die Map ist ja riesig. Wir haben ja auch noch Inseln, die wir uns da mal noch vorknüpfen müssen mit Booten und Schiffen und weiß der Geier, was alles. Er steht ein bisschen schräg da. Ja, es ist die Frage, ob es jetzt hier in der Kälte auch die Sachen gibt. Aber wir sind halt leider gerade hier rum. Es kommt jetzt nur noch Wasser. Gebirge. Ah, Krauzwerk. Du erfrierst. Oh. Oh. Ich möchte nicht erfrieren. Komm, hör auf, wir sind wieder warm. Gut, also Gebirge dürfen wir noch nicht. Komischerweise sind wir ja schon durch Schnee gestapft, als wir zum Ohralten wollten. Da kam das nicht. War eventuell noch nicht ganz so kalt dort. Leider nirgendwo etwas Lilanes. Oh, wir sind wieder im Grasland, ne? Da möchte ich nicht hin. Müssen wir mal schauen. Hier kommen wir nicht weiter, hier ist Gebirge. Wir müssen hier ganz runter. Das haben wir alles schon entdeckt. Äh, nein. Oder hier kommt noch dunkler Wald an, oder? Wir gucken mal hier hinten lang, dass wir jetzt nicht einmal komplett wieder den ganzen Weg zurück müssen. Da haben wir noch eine Hütte. Lasst mich nochmal eben schnell reinschauen. Ja, wir haben noch einen Bienenstock. Da müssen wir vorher die Krauzwerge töten. Den muss ich mitnehmen, da können wir nicht dran vorbeirennen. Ah, ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. Ja, zumindest haben wir jetzt schon mal zwei uralte Samen. Einen brauchen wir noch. Und dann geht's ja weiter. Ich muss sagen, das Spiel macht von Sekunde zu Sekunde mehr Spaß. Der Anfang war ein bisschen C, das gebe ich zu, aber das ist halt bei so einem Survival-Spiel meistens so, weil man halt am Anfang einfach nichts hat und sich erstmal kümmern muss, ein bisschen ausgerüstet zu sein. Aber jetzt, was alles noch so kommt, das Gebirge mit Kälte, die Elmbosse, die ganzen Dungeons, der dunkle Wald, alles drum und dran. Ja, gib mir deine Bienenkönigin. Danke. War hier noch eine Truhe drin? Nee, ne? Muss ich nochmal kurz gucken. Nö. Ja, und alles, was halt noch so dazugekommen ist und da kommt noch so viel mehr. Ich muss wirklich sagen, ich kann nachvollziehen, warum es so ein Hit geworden ist auf Steam. Es ist halt einfach so ein bisschen Survival-Spiel etwas weiter gedacht. Etwas detailreicher und noch ein Bienenstock. Etwas detailreicher und weiter gedacht. Wir kloppen jetzt einfach mal drauf ein. Sicherlich tut uns das jetzt weh, aber dann geht's halt auch schneller. Zweimal Honig haben wir. Keine Bienenkönigin. Wie viel haben wir jetzt? Doch, zwei Bienenkönigin. Geil. Zwei weitere Honig Produzenten. Wenn wir dann irgendwann den Händler noch finden und uns noch coole Accessoires gönnen, dann wird's auch nochmal um einiges geiler. Wir kommen hier wieder nur zum Gebirge. Ich hau nochmal eben schnell in die Hütte, es tut mir leid, aber wenn da noch ein Bienenstock drin ist. Wohl, ein bisschen klein für den Bienenstock. War bloß die Futterstelle für die Zucht hier. Wow, Wildschweinparadies. Eigentlich ganz schwer hier einen Zaun drum rumbasteln und einfach das als Schweinefarm nehmen. Wäre eigentlich auch ein geiler Standort hier für eine Base. Mit dem Gebirge dahinter. Hier ist schön viel Platz, könnte man alles gut ebnen. Das muss ich mir mal markieren. Standort Base. Ja, oder Bass. Standort für Bass. Wir haben auch noch ganz viele Hütten, da finden wir bestimmt noch einen Bienenstock. Jetzt kommen wir leider schon wieder absolut nicht mehr voran mit dem, was eigentlich geplant war. Ne, hier ist keiner drin. Waren wir hier schon? Ich glaube wir waren hier schon. Als wir zum Uralten sind, sind wir doch hier dran vorbeigerannt. Ja, dann brauche ich nicht weiter gucken. Jetzt doch etwas schneller wieder weiter. So, hier müsste doch jetzt, hier kommen wieder Gebirge. Auf jeden Fall haben wir hier wieder dunklen Wald. Da geht es auf jeden Fall weiter. Ein Sohn Samen noch, das müssen wir doch hinkriegen. die Frage, ob man vielleicht doch lieber im Dunkeln auf die Suche gegangen wäre, weil man es dann besser leuchten sieht. Aber an sich haben wir es ja so auch ganz gut gesehen. Es ist halt die Frage, ob das viel ausgemacht hätte. So, dunkler Wald. Folge ist bald zu Ende. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Ja, lass mich in Ruhe. möchte gar nichts Böses. Auch ganz viel Kupfer. Ja, hier kommt jetzt Gewürge, das bringt uns nichts. Ist halt doch seltener als ich dachte. Hatte so ein Gefühl, dass wir schon ganz viel davon gesehen haben. Könnte ich aber vielleicht auch mit den blau leuchtenden Disteln verwechseln. Ist auch alles nee, das kein Kupfer. Hm. Schade. hier kommt auch schon wieder Wasser, ne? Die Dinger meinte ich. Kann auch sein, dass ich es vielleicht damit verwechselt hab. Also einfach so von der Erinnerung her dachte wir haben doch ganz viel leuchtende Sachen gesehen und dabei waren es die Dinger und gar nicht die Nester. Also Krauzbergen gibt es ohne Ende, aber so viele Nester haben die leider nicht. Da, jawohl, wir haben es geschafft. Ich fasse es nicht. Und das eine halbe Minute vor folgend Ende. Danke liebes Spiel. So, jetzt hier ganz schnell. Aha, wir haben keine Ausdauer. Schön komplett ohne Ausdauer in ein Krauzbergen Nest rennen. War vielleicht nicht die beste Idee. Oh, wir kriegen gut Schaden. So, und schnell weg hier. Schnell ist gerade nicht. Das war das einzige Ziel. Wir machen uns wieder auf den Weg nach Hause und machen dann hier an der Stelle auch erst mal ein folgend Ende. Ich werde dann noch nach Hause laufen. Das müssen wir ja nicht unbedingt mit ins Let's Play reinnehmen, den ganzen Weg. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir können nächste Folge zum Uralten und mal schauen, wie wir uns gegen den anstellen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen 19 Uhr. Macht's gut.